Mein Name ist Linda Schwenk. Wir befinden uns hier im Quellpark der Mineralquellen Park Nuttwil. Hier ist der Ursprung von unserem Mineralwasser. Hier tritt es aus dem Boden heraus und bietet eine Grundlage, um unsere Produktion abzufüllen. Wir sind rund 44 Mitarbeitende am Standort Park Nuttwil, die täglich mit voller Freude das Beste geben, um die Quelle sinnvoll zu nutzen, das Wasser abzufüllen und so in der Zentralschweiz zu verteilen oder zur Verfügung zu stellen. Wir arbeiten seit der ersten Stunde von Migros aus der Region und für die Region mit diesem Label zusammen, das sich gegenseitig immer wieder inspiriert und so auch neue, tolle Produkte entstehen. Uns geht es hier eigentlich darum, dass unser natürliches Mineralwasser die perfekte Grundlage gibt. Also alle die wichtigen Mineralien, die wir sonst dazusetzen, sind unserem Wasser wie natürlich schon enthalten. Wir vertreiben unser Mineralwasser bewusst rund 70 Kilometer um die Quellen herum und gehen nicht weiter. Das ist ein Anspruch, den wir haben in der Kultur des Unternehmens. Wir, als einzige Mineralquelle im Herzen der Schweiz, engagieren uns sehr stark für die Region. Und darum würde es mich für unser Team und für mich besonders freuen, wenn wir die goldige Sonne gewinnen würden. Zum Wissen Beim